In diesem kurzen Video geht es um Affiliate Marketing, Affiliate Marketing für Dummies und wer kennt es nicht, mit Affiliate Marketing starten und man weiß einfach nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Man fühlt sich echt als wenn man das erste Mal am PC, mir ging es zumindest so und zumindest in meiner Anfangszeit und ich wäre froh gewesen, wenn ich eine ganz einfache Möglichkeit hätte und zumindest mal gesehen hätte, wie das Ganze funktioniert. In diesem kurzen Video möchte ich dir die einfachste Affiliate Marketing Strategie an die Hand geben, die es auf diesem Planete gibt. Und das Erstaunliche war, wir haben den ersten Test gemacht und in diesem Test haben Neuankömmlinge, Neueinsteiger, über 50 Stück, die zum Teil noch nicht einmal einen Digistore24 Account hatten, haben es geschafft, mit genau dieser Strategie es zu schaffen, mehr als 3500 Euro Provision zu verdienen in den ersten vier Wochen. Und ich gebe dir dazu ein ganz klares Konzept mit, denn du siehst eigentlich, das was ich jetzt hier mache, das ist der lebende Beweis dafür, dass es tatsächlich funktioniert. Das Wichtigste ist doch, dass man zunächst erstmal seine erste Provision verdient. Das heißt, such dir ein Affiliate Programm, vielleicht ein digitales Infoprodukt, such dir ein Programm, was du in deinem Alltag nutzt und mach darüber ein kurzes Beweisvideo. Das heißt also, wir nennen das Ganze ein Review Video. Und du wirst überrascht sein, dass du nicht mal sieben Minuten Aufwand brauchst. Danach nimmst du dieses Video, stellst es auf YouTube, optimierst es auf deine entsprechenden Keywords und packst deinen Affiliate Link in die Beschreibung. Und du sagst jetzt, ja, nein, so einfach kann das nicht funktionieren. Doch, genau so einfach funktioniert dieses ganze System, so einfach ist das Ganze und du hast die Möglichkeit, mit einer ganz einfachen Maßnahme sofort im Affiliate Marketing Provision zu verdienen. Und du wirst überrascht sein, wenn du die Ergebnisse sehen würdest, von den Menschen, die ihre erste Provision verdient haben und welches Gefühl, das auf einmal für sie war, so, wow, Internet funktioniert und welche Mails, welche Nachrichten wir diesbezüglich erhalten haben. Und ich bin durch Zufall auf diese Strategie gekommen. Die sieben Minuten Affiliate Marketing Strategie ist die einfachste Strategie dieser Welt. Warum YouTube? YouTube eignet sich aktuell hervorragend, wenn ich auf Keywords achte, dass ich da eine große Reichweite bekommen kann. Und mittlerweile haben sich so viele Menschen dazu entschieden, mit ihrem Online-Business genau über diese Strategie tatsächlich zu starten. Wenn auch du sagst, du willst mehr über diese Sieben-Minute-Strategie erfahren, wie genau die umgesetzt wird, klick unter diesem Video den Button, melde dich direkt zu unserem kostenlosen Online-Training an, wo ich genau diese Sieben-Minute-Strategie im Detail Schritt für Schritt dir zeige und wo ich dir noch einige weitere Hacks mitgebe, wie ich es zum Beispiel schaffen kann. Und die erste und die zweite Affiliate-Meisterschaft mit einer deutlichen Dominanz gewinnen zu können. Klicke jetzt also unter dem Video den Button, sichere dir deinen Platz für unser kostenloses Online-Training. Mein Name ist Jens und ich freue mich, dich gleich auf der anderen Seite begrüßen zu dürfen. Jetzt den Button klicken und direkt für das Online-Training registriere. ... ... Vielen Dank.